So, Louis, deine Stunde ist gekommen. Jetzt geht es gleich los. Wie fühlst du dich? Sehr nervös. Ich bin richtig nervös. Mir wurde gerade schon das Gewicht, die Größe und meine Schuhgröße aufgeschrieben. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich hatte vorhin schon ein bisschen zugekommt. 111 Meter Höhe und hier möchtest du runterspringen. Wahnsinn. Also, ich hoffe mal, dass ich überleben werde. Dass es einen reißt. Und dass ich mich nicht übergeben muss. Alles klar, Louis. Dann machen wir mal.